Jetzt geht der Euro in den Landtag. Wie kommt denn jetzt der Euro in den Haushalt? Naja, erstmal bereiten die Ministerien was vor. Hier hinter mir seht ihr den Landtag. Wenn man an der Förde weitergeht, ist da das Wirtschafts- und Innenministerium. Hier drüben auf der anderen Seite ist das Finanzministerium. Jedes von diesen Ministerien ermittelt erstmal, was es glaubt, im nächsten Jahr an Geld zu brauchen. Für Personal, für Sachmittel. Also für Autos, für Drucker, für Polizeiuniformen, Miete für Kopierer, aber auch für Projekte, die gefördert und unterstützt werden. All diese Anmeldungen, so nennt man die, laufen zusammen dann hier drüben im Finanzministerium. Und im Finanzministerium wird dann der Haushaltsplan zusammengestellt und dann wird erstmal geguckt, was das alles kosten soll. Wenn das zu viel ist, geht das auch manchmal wieder zurück ins Ministerium und dann heißt es, es muss ein bisschen weniger ausgeben. Aber dann liegen die Ausgabenwünsche da und dann guckt die Finanzministerin, wie sie die bezahlt. Ja, und wie bezahlt sie die im Allgemeinen? Naja, ihr wisst das alle, wir nehmen Steuern ein als Land. Und nicht nur wir als Land nehmen Steuern ein, sondern auch der Bund oder die Europäische Union und ein Teil dieser Steuern leiten der Bund oder die Europäische Union auch an uns weiter. Dann haben wir noch Geld in den Rücklagen liegen, das ist sowas ähnliches wie ein Sparkonto und wir haben Sondervermögen. Da haben wir uns was zur Seite gelegt aus guten Tagen und damit bezahlen wir vor allen Dingen unsere Investitionen. Wenn das alles gar nicht reicht, wenn wir also zu wenig Euro haben, dann können wir noch Schulden machen. Zwar nicht unendlich viel, dafür gibt es die Schuldenbremse, aber natürlich ist die Kreditaufnahme auch ein Mittel zur Finanzierung der Haushalte.